Der Mensch ist ohne Dokumente nichts. Das Wichtigste, der Ausweis. Jeder Bürger muss ihn besitzen, um zu beweisen, wer er ist. Der Ausweis soll nun zeitgemäß computerfreundlich werden. Datenschützer warnen vor dem gläsernen Menschen für Polizei und Geheimdienste. Das Netzwerk der Überwachung werde immer engmaschiger. Vorteile, der Neue ist fälschungssicher, erleichtert die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Fahndungen und Grenzkontrollen. Der maschinenlesbare Personalausweis, das Thema von Pro und Contra, morgen nach der Tagesschau. Guten Abend beim Brennpunkt. Nichts dazugelernt. Das fragen sich viele, nachdem in diesen Tagen ein Ort namens Korschenbroch, ein Ort mit 27.000 Einwohnern in Deutschland und im Ausland Erinnerungen an die deutsche Vergangenheit geweckt hat. Korschenbroch ist nicht Deutschland. Aber vieles, was dort zu beobachten war und zu beobachten ist, wird ein Schlaglicht auf Ängste und verdrängen.